Ich geh gucken. Axel, gehst du? Hast du mir noch die Bilder geschickt? Wartet, das ist meiner. Ich fahr weg. Oh mein Gott. Wo hast du die reingeschickt? Du bist so ein Schwung. Das ist immer glücklich, Herr Arsch. Wirst du weg? Ah ja, oder? Scheiße, Mann. Ah, okay. Alles klar, danke schön. Ey, mein Burrito ist auch gebumst, Mann. Ey, Jo, Mann. Was hast du denn da gemacht, ey? Wirklich, ich bin mit meinem Auto gefahren. Aber BAM! Ey, sieht vercohlt aus.